Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu Zins of the Solar Empire Rebellion. Ja, ähm, wir haben Minerva erobert und wir können jetzt einen Gegner komplett sogar rausnehmen. Ich werde hier mal Brandgranaten, einmal ganz kurz die Upgrades machen. So, ganz klar auf Schilde, schwere Kampfflieger, die werden nochmal stärker dadurch. Hier noch ein Jäger dazu und Schilderneuerung ist immer super. Dadurch können wir am besten unsere Leute unterstützen, hier auch nochmal. So, ihr geht alle in Position, das ist gut. Ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir Metalle aufgebraucht haben. Aber auf dieser Welt gibt es sieben Metallvorkommen. Das ist natürlich perfekt. Nochmal ein Handelsposten dazu. Dann müssen wir halt Defense machen. Weiterer Ausbau des Planeten erforderlich. Bauwerk komplett. So, machen wir ja weiteren Ausbau. Obwohl, da keine Bomber, sondern Jäger müssen das sein. Damit wir die Raumstation beschützen können, die natürlich noch völlig im Arsch ist. So, wo seid ihr? Acht. Hier hin. Da seid ihr. Sehr schön. Springt nochmal rüber und wieder zurück. Und dann schauen wir jetzt mal genau hin. Was haben wir hier? Das sollte nicht viel sein. So, wann seid ihr da? Planetenentwicklung abgeschlossen. Okay, da ist nichts. So, drehen wir mal um. Und dann gehen wir rein. So, das müssen wir auch nochmal upgraden. Ich muss ein bisschen... Ah, Metall kostet gerade nicht viel. Ruvia wird mein sein. Äh, willst du echt mal eine Welt angreifen oder was? Bauwerk komplett. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ich glaube, er schickt mir die falschen Nachrichten. Okay. Ich glaube, er schickt mir echt die falschen Nachrichten. Und wo? Gut, er hat auch eine Sternenbasis hier. Der Flotte wird angegriffen. Bauwerk komplett. Das ist eine schnelle Nummer. Dann können wir ja mal schnell zu unserer Werft gehen. Phasensprung abgeschlossen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So, die schicken wir dann... ...einmal hoch. Und dann hier hin. Okay, es dauert ein bisschen, aber das ist sicherer. Berechne Sprungkoordinaten. Bauwerk komplett. Also, ich vertraue unseren Verbündeten nicht zu 100%. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Manchmal macht er solche Sprüche, dass er uns angreifen wird. Das ist nicht immer so das Wahre. Fahren Sie fort. Übermittlung empfangen. Ihr könnt hier auch schon mal hin. Es ist sicher hier. Okay. Gut, die nehmen das Wurmloch. Ja, hier müssen wir noch gucken, was da für Welten sind. Aber ich denke, im Großen und Ganzen... ...haben wir es. Das müsste seine Heimatwelt sein hier. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Wenn wir den haben, haben wir den vorletzten Gegner besiegt. Unser Planet wird belagert. Welcher Planet schon wieder? Also der hier nicht. Ich schaue die ganze Zeit... Also die Sprüche, die scheinen echt nicht so wirklich immer zu stimmen. So, ganz klar Zusatzregierung. Und wir machen Handelseinrichtung rein. Um nochmal Geld zu generieren. Auf jeden Fall eine Reparaturwerft. Schildgenerator. Hasensprunginhibitor. Damit sie nicht abhauen so leicht. Dann brauchen wir noch ein paar Kanonen. Wenn wir Geld haben. So, mach mal platt. Aber es ist schnell erledigt hier. So. Ja, so ein Bomber hat zwar nur vier Raketenschaden. Aber es sind so verdammt viele. So viele, dass es echt eine Menge schaden wird. Sehr schön. Holst sie euch. Eine neue Kolonie wurde gegründet. So. Okay. Geht alle mal in Position. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Es waren noch nicht mal alle da. Gut. Hier waren wir noch nicht. Doch, wir waren wir fertig. Aber hier war wir nicht fertig. Ein bisschen Schutz sollte sein. Manchmal glaube ich, dass er nicht weiß, dass wir verbündet sind. Und er möchte den Planet angreifen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Warte. So. Strukturelle Integrität. Alles da. Bevölkerung da. Ne, er wird nicht angegriffen. Das passt schon. Sind die Flocken bereit? So. Dann nehme ich mal die Scout-Schiffe hin und zurück. Und dann schauen wir uns Jindra an. Da sollte ein bisschen was sein. Aber den kriegen wir. So. Ja. Da ist nichts. Das ist echt gar nichts. Eine Raumstation im Minenfeld. Sobald du springst, kommt die Flotte. So. Ihr macht euch auch bereit zum Springen. Mein Signal. So. Hier kommt erstmal. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Zum Stück davon. Nicht ausreichende Metalle. Ihre Befehle, Kommandant. Die paar Schiffe, die da sind, die werden schnell platzen. Und hier kann er auch nicht mehr viel machen. Das ist schon zu stark. Ja. Ist auf jeden Fall zu stark. Die Flotte ist eingetroffen. Bauwerk komplett. Bauwerk komplett. So. Das Schlachtschiff ist gleich weg. Wir haben's. Planetenentwicklung abgeschlossen. Zeigen Sie mir die Richtung. Bin schon da. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Unterweg. Bin schon da. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Gut. Du. Gehst. Direkt hier hin. Hauptsache die Minen werden aufgedeckt. Ich hoffe mal, dass er rechtzeitig da ist, damit wir ein paar Minen vernichten können. Bevor wir ein bisschen mehr verlieren. Ja. Aber wir uns mal vor. Bin schon da. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Bauwerk komplett. Auf jeden Fall Angriff. Von Link aktiv. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Bauwerk komplett. So. Da sind die. Ähm. Ja. Er fliegt so. Das ist gut. Verstanden. Dann hier rüber. Ihr Freund und Helfer. Bauwerk komplett. Ein bisschen was haben wir verloren. Bauwerk komplett. Fahren Sie fort. So. Ihr könnt schon mal rüber springen. Also die Kolonien Schiffe. Wenn die Raumstation weg ist, machen wir die Zahngießerei platt. Du gehst mal hier hin. Okay. Angriff. Ich werde nicht versacken. Bauwerk komplett. Das finde ich schon. So. Dann müssen wir halt noch die Minen säubern. Das finde ich schon. Bin schon da. Einmal ein bisschen vorrücken. Unterwegs. Die wird immer angegriffen. Die Verstärkung greift in die Schlacht ein. Unterwegs. Das finde ich schon. So. Dann nochmal hier rein. Angriff ist eingetroffen. Reparatur gefällig. Angriff. Meine Roboter sind bereit. Ihr nicht, sondern ihr Angriff. Das sollte die Dinge in Gang bringen. Reichweite erfasst. Verstanden. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Sie suchen etwas? So. Das finde ich schon. Unterwegs. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Feuer freigegeben. Zeigen Sie mir die Richtung. Fahren Sie fort. Läuft. Sie suchen etwas? Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Gibt es hier irgendwo Probleme? Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Da sind ein paar Schiffe. Ist aber nicht weiter wild. Weil wir hier auch nicht so schwach sind. Und da auch nicht. So. Bisschen mit dem Aufklärer hier arbeiten. Damit die Minen mal gesäubert werden. Kommt schon Unterstützung. Kann man hier hin. Ist die Mine schon aufgedeckt? Nein. Jetzt aber. Bin schon da. So. Und die hier ist auch. Sehr schön. Jetzt ist nur die eine da oben. Das finde ich schon. Bin schon da. So. Gleich ist es weg. Wir haben den Hauptplaneten eines Gegners ausgeleuchtet. Hol ihn dir. Ja. Komm sagt hat Feinde im Anflug erfasst. Eins hier hin. Zwei. Hier hin. Okay. Sehr schön. Ihre Befehle, Kommandant. Guten Tag, Commander. Das wird unsere Glanzstunde. Hätte ich. Ich mache kurzen Prozess mit Ihnen. Ziele in Sicht. Jawohl, Kommandant. Jetzt führte ich mal hier hin zurück. Das wird unsere Glanzstunde. Ihr greift die an. So. Das bauen wir mal aus. Okay. Und dann nochmal die Ressourcen. Übertragungszentrum. Nein, das war ja was anderes. Auf jeden Fall ein bisschen Ressourcen hier noch. Okay. Flotte 1 ist bereit. Jawohl, Kommandant. Wir gehen mal hier hin. Dann holen wir uns die letzte Welt von ihm. So. Darauf mal einen Schluck Kaffee. Können wir mal schauen. Was hat er hier noch? Will ich da überhaupt rein? Ich meine, er ist vernichtet. Ich könnte es auch einfach unserem Gegner machen lassen. Einmal in unseren Verbündeten. Ich brauche die Welt nicht. Wir setzen uns hier fest. Planetenentwicklung abgeschlossen. So, machen wir mal drei von denen hier. Damit wir ein paar Jäger haben. Dazu eine Reparatur werft. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Schildgenerator. Schadet nie. Und dann warten wir mal ab. 6,6, 4,6. Also wir machen schon, wir machen jetzt ein bisschen Geld tatsächlich. Kommen wir mal mit Metall. Und erforschen den Planeten hier nochmal komplett. Und dann gehen wir hier weiter. Nach Aegina. Pelion braucht wir nicht. So. Äh, ja. Ich hoffe, unser Verbündeter macht diese Welt hier weg. Aber ganz ehrlich. Hier sind so viele Minen. Dazu eine ausgebaute Sternenbasis. Ich will da nicht rein. Darum soll er sich mal selber kümmern. Obwohl. Ja, machen wir mal schnell. Wir machen das einmal schnell. Wir holen uns die Welt nicht. Aber wir greifen da einmal an. So. Dann hätte ich hier trotzdem einmal gerne eine kleine Werft. Und dann baue ich hier noch eine Sternenbasis hin. Oh. Und was haben wir? Ionfeld-Generator. Ionfeld-Generator. Erhöhter Bomber- und Monschaden minus 40%. Überlebensschaden minus 25%. Und Bombenreichweite 45%. Verbessert Titanen, Großkampfschiffe und Bomber-Frikatten. Ein großes planetares Energiesystem, welches Partikel bis in die oberste Atmosphäre ausstößt, um einen Partikel-Schutz gegen Bombardierung zu legen. Feinde bis zur Bombardierung näher an den Paletten heran. Sehr gut. Berechne Sprungkoordinaten. Da sind wir schon überall durch. Auf mein Signal. Berechne Sprungkoordinaten. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ja, wir machen aber ganz schnell das Ganze. So, du gehst einmal hier hin. Einmal hier. Und dann dort. Aber ich will die Welt eigentlich nicht. Das ist ein kleiner Surin. Ah, okay. Wir haben jetzt auch den Aufklärer verloren. Bauen wir uns hier mal fünf Stück. Ihr und ihr seid eins. Planetenentwicklung abgeschlossen. Eins. Bleibt mal hier an. Sehr schön. Dann hätte ich hier gerne noch. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ist vielleicht unnötig. Ein anderes Bauwerk steht im Weg. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. So. Ja, die Welt hier sollte auf jeden Fall gleich hinüber sein. Die Raumstation ist auf jeden Fall gleich vernichtet. Aber wie es weiter geht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss. 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 Tschüss.